WAS?! Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde QSG auf dem Empyreise Heute stelle ich mir wieder einen Texture Pack vor und zwar das Texture Pack ist das Magma Pack von Louis von Louis Time, ist für Real Hustle glaube ich Ist in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal auschecken Also, ich wollte das Pack mal vorstellen, weil ich im Moment einfach mit dem Pack am öftersten URC spiele Muss ich ein paar URC Pack gewünscht haben, dachte ich mir ja Kann ich ja das Pack vorstellen, da das für URC und QSG auch geeignet ist und den da will ich eigentlich bekommen Wenn ihr mehr so Texture Pack vorstellen wollt, dann könnt ihr gerne mal eine Fusstellung verlassen Wäre fresh Und ich gäbe jetzt gegen den, weil ich den sonst nicht schaffe Okay Nice, dann haben wir noch Es tut mir leid, dass jetzt irgendwie so inaktiv Videos kommen nur Ich weiß nicht, aufnehmen macht einfach nicht mehr so viel Spaß wie sonst immer Da mir auch kein Thema oder so einfällt und ja Aber Ihr könnt gerne mal Themen in die Kommentare schreiben Dann kann ich vielleicht mal so ein Thema ansprechen im Video und ja Ich habe mir auch ein bisschen abgewöhnt auf alle Fälle zu sagen Da hat mich das ja ein bisschen aufregt irgendwie Und irgendwie bekomme ich heute keine Hitsaufgomme Was? Ich hoffe, dass es gerade nicht wirklich passiert in der Runde gerade Und was der Tipo dann auch noch reingeschrieben hat Das hat mich auch gerade ein bisschen aufgeregt Aber ich glaube dafür kann man sogar Chat gewandt werden, was der reingeschrieben hat Also Leute, schreibt sowas nicht rein, wenn ihr gewinnt Oh, P-Stuff, nice Dann haben wir ein Eisenschild und vorletzte Grip, das ist natürlich mega nice Wenn wir die Runde verlieren, dann weiß ich auch nicht, was ich mache Ich wollte mich auch nochmal bedanken für das vorletzte Video Da war das Feedback nämlich mega nice Habe ich ganz vergessen im letzten Video anzusprechen Und danke dafür Mein Pack hat auch schon fast 2000 Downloads Dafür auch nochmal danke Und den da würde ich gerne haben Dankeschön So, der Tipo war das gerade vor einem, definitiv der mich getötet hat Und ich glaube, dass der irgendwie hackt, glaube ich Ja, der hackt, glaube ich Ich weiß es nicht Aber ich glaube, den bekommen wir Ja, er hackt Aber ich habe ihn nice So, den hackten haben wir bekommen, dann lebt noch Leben noch zwei Spieler So, komm her da Oh, ich bin auch schon wieder low So, ich weiß es nicht Mir geben immer die Leute irgendwie so komisch jetzt gerade im Moment Oh, den haben wir knapp bekommen Er lebt noch ein Spieler Ähm Der ist nicht so gut Ich glaube, den Probieren wir jetzt einfach zu holen Noch vom DM Geht das? Keinein 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 sind wir im Deathmatch gegen den da Ich hoffe, er läuft nicht zu Äh, lang weg Okay, der kann eigentlich nichts Nice So, dann haben wir den Typen Und dann würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gewandert Und das Sexy Back auch Dann würde ich mich über einen Download freuen Und über einen Like Wäre nice Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute Ciao